Schwarze Löcher kennen wir alle, aber was ist mit ihren mysteriösen Zwillingen, weißen Löchern? Habt ihr davon schon mal gehört? Gibt es sie überhaupt? Und die wichtigste Frage von allen, sind diese beiden wirklich große interdimensionale Portale? Finden wir es heraus. Ein schwarzes Loch ist ein gruseliges Objekt im All mit unglaublich starker Anziehungskraft. Die ist so groß, dass selbst Licht ihr nicht entkommen kann, deshalb wirken sie auf uns schwarz. Sie entstehen, wenn Sterne, die mindestens dreimal so groß sind wie die Sonne, komplett verbrennen. Wenn er alt wird, verliert so ein Stern seine Gasschichten und wird kleiner. Sein Kern schrumpft immer mehr, bis er zu einem kleinen Ball mit hohem Druck darin wird. Und wenn dieser den Druck nicht mehr standhält, war es das. Er kollabiert und wird zu einem schwarzen Loch. Und ja, wir haben noch viel darüber zu lernen. Aber wenigstens haben wir eine grobe Vorstellung von ihnen. Doch was ist mit weißen Löchern? Warum hört man so selten von ihnen und warum wissen wir nichts über sie? Weiße Löcher sind theoretische Weltraumobjekte, die prinzipiell die Gegenteile von schwarzen Löchern sind. Wenn ein schwarzes Loch alles frisst, was es sieht, dann lassen weiße Löcher im Gegensatz dazu nichts hinein. Übrigens ist weißes Loch nur ein Name. Sie würden für uns nicht wirklich weiß aussehen. Stellt euch vor, ihr reist in einem Raumschiff. Plötzlich seht ihr etwas, das wie ein normales schwarzes Loch aussieht. Es ist von einem hellen, rotierenden, riesigen Ring aus Weltraumstaub und Gas umgeben. Doch als ihr länger zuschaut, seht ihr etwas Ungewöhnliches. Dieses Loch spuckt Materie aus. So etwas wäre bei schwarzen Löchern undenkbar. Erst dann werdet ihr merken, dass es ein weißes Loch ist. Denn sie sehen gleich aus. Beide dieser Weltallphänomene haben einen sogenannten Ereignishorizont, was so etwas wie eine Grenze ist. Bei einem schwarzen Loch gibt es ab dieser Grenze kein Zurück mehr. Wenn man sie überschreitet, war's das. Aber bei einem weißen Loch ist die Grenze eher eine unsichtbare Wand, die man nicht durchschreiten kann. Es ist wie ein Edelclub, aber für niemanden. Hier ist ein interessanter Gedanke. Ein weißes Loch erhält irgendwoher und irgendwie Materie. Aber dann hört es auf, die Materie zu absorbieren und fängt an, sie auszuspucken. Das bedeutet, dass es Überreste der Vergangenheit ausspuckt. Aber was genau ist diese Vergangenheit? Kann ein weißes Loch etwas ausspucken, was einmal existierte und lange verschwunden war? Können diese Dinge unsere Welt irgendwie beeinflussen? Der Gedanke ist etwas besorgniserregend, ich geb's zu, aber ihr könnt euch entspannen. Denn bislang haben wir noch kein einziges weißes Loch gefunden. Das könnte daran liegen, dass wir noch sehr wenig über den Weltraum wissen. Im 20. Jahrhundert verursachten Albert Einstein und seine Relativitätstheorie eine wahre Aufruhr in der Welt der Physik. Er entdeckte etwas Unglaubliches, nämlich dass Schwerkraft als unsichtbare allmächtige Kraft Raum und Zeit biegen kann. Diese Entdeckung war ein echter Durchbruch. Erst da deuteten Forscher die Existenz schwarzer Löcher an. Doch sie brauchten 40 Jahre, um diese Weltraumobjekte zu verstehen oder ihre Existenz überhaupt zu beweisen. Erst kürzlich erhielten wir das erste Foto eines schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie M87. Vielleicht erinnert ihr euch daran, viele Menschen lachten darüber, weil es zu verschwommen war. Allerdings sollten wir mehr Respekt vor den Forschern haben. Dieses Foto entstand durch eine internationale Kollaboration von Raumstationen und acht bodengestützten Teleskopen. Es bedarf also eines riesigen Aufwands und vieler Ressourcen, nur einen kleinen Beweis der Existenz schwarzer Löcher zu erhalten. Kein Wunder, dass wir ihre Zwillinge noch nicht gefunden haben, aber einige Forscher denken auch, dass es weiße Löcher vielleicht gar nicht gibt. Lange Zeit waren sie eine logische Schlussfolgerung der Relativitätstheorie. Wenn schwarze Löcher existieren, warum sollten dann keine weißen Löcher erscheinen? Doch in letzter Zeit bezweifeln Forscher, dass weiße Löcher überhaupt möglich sind. Wir wissen, wie schwarze Löcher entstehen. Aber damit ein weißes Loch entsteht, müsste der gesamte Prozess umgekehrt ablaufen, was nicht viel Sinn ergibt. Wir können ein Ei nehmen und zu einem Omelette machen, aber wie machen wir ein Omelette wieder zu einem Ei? Das gilt nicht nur für Essen. Am Anfang hat alles im Universum eine klare, definierte Form. Und diese wird mit der Zeit immer chaotischer. Das ist eines der statistischen Gesetze des Universums. Außerdem scheint es, als könnten weiße Löcher nicht sehr lange bestehen. Sie würden viel von ihrer Masse und Materie ins Weltall schleudern. Alles würde sich um sie ansammeln, bis das weiße Loch schließlich kollabieren und zu einem weiteren schwarzen Loch würde. Was für ein merkwürdiger Kreislauf. So sähe der Prozess aus, wenn man Logik anwenden würde. Wir alle wissen aber, dass das Universum viel zu cool für unsere kleinen, einfachen Gehirne ist. Es gibt so viele Dinge im All, die keinen Sinn ergeben, aber trotzdem existieren. Einige Physiker versuchen, weiße Löcher aus der wissenschaftlichen Vergessenheit zurückzuholen. Ihr Hauptargument beginnt mit folgender Frage. Was passiert mit Dingen, die in ein schwarzes Loch gesaugt werden? Sie können nicht ins Nichts verschwinden. Der Physik zufolge kann keine Materie im Weltall einfach zu Nichts werden. Sie verschwindet nie. Sie verändert sich nun. Was passiert also in einem schwarzen Loch? Was passiert mit einem schwarzen Loch, wenn es stirbt? Und wie entsteht ein weißes? Wie ihr vermutlich erraten habt, könnte es für all diese Fragen eine Antwort geben. Die zwei Löcher müssen miteinander verbunden sein. Sie könnten sogar eine Art Portal sein. Dafür müssten wir aber gegen die Gesetze der Relativitätstheorie verstoßen. Und bekannterweise wird Einsteins Theorie seit Jahren als unanfechtbar angesehen. Doch hier ist ein interessanter Fakt. 2022 haben wir sie angefochten. Drei Forscher erhielten den Nobelpreis, weil sie bewiesen, dass Einstein mit vielem nicht richtig lag. Und dass das Universum viel komplizierter ist als gedacht. Mit anderen Worten, könnten weiße Löcher existieren. Sie mögen uns verrückt und unerklärlich erscheinen, aber ihre Existenz ist möglich. Wie würden sie funktionieren, wenn es sie gäbe? Nun, wir haben ein paar Ideen. Zum Beispiel die, dass ein weißes Loch das Kind eines schwarzen Lochs ist. Mit der Zeit könnten schwarze Löcher altern und klein werden. Dann würden die Prozesse darin aufhören, der Logik zu folgen. Es wären nur noch pure Quantenzufälle. Blablabla, alles wäre voller Verrücktheit und Chaos und bumm, ein schwarzes Loch würde zu einem weißen werden. So ein weißes Loch wäre so groß wie ein winziges Partikel und so schwer wie ein Menschenhaar. Es hätte die enorme Anziehungskraft seines Vorgängers verloren. Aber es hätte seinen Kern. Mit anderen Worten, würde dieses weiße Loch alles speichern, was das schwarze Loch vorher eingesaugt hätte. Und irgendwann würde es diese Informationen ausspucken. Wenn diese Theorie stimmt, könnten irgendwann weiße Löcher unser Universum dominieren, wenn alle Sterne sterben und alle schwarzen Löcher schrumpfen würden. Aber das ist weiter in der Zukunft, als ihr euch vorstellen könnt. Wir reden von Billiarden von Jahren in der Zukunft. Das Universum könnte es dann gar nicht mehr geben. Es gibt auch eine andere Option. Vielleicht ist unser ganzes Universum die Kreation eines weißen Lochs. Einige Physiker meinen, der Urknall wirke verdächtig wie das potenzielle Verhalten eines weißen Lochs. Beide sind sich mathematisch sehr ähnlich. Und wer weiß, vielleicht haben sie recht. Naja, es gibt haufenweise Dinge im Universum, über die wir nichts wissen. Und vielleicht werden wir eines Tages das Geheimnis dieser Zwillinge lüften. Hoffen wir nur, dass sie sich als coole interdimensionale Portale entpuppen. Und wir sehen uns, dass wir uns nicht mehr wissen. Hast du dich schon mal gefragt, wie ein schwarzes Loch klingt? Die NASA hat es für dich aufgenommen. Das ist ein schreiendes schwarzes Loch. Schreien im Weltraum, wie soll das denn gehen, wenn man im All nichts hört, wirst du sagen. Pass auf, ich erklär's dir. Mit einem Teleskop untersuchte die NASA 2002 die Bewegungen von Gas in einem Galaxienhaufen. Dann haben sie das, was sie gefunden haben, in eine Sonifikation umgewandelt, also einen Klang erzeugt. Was man hörte, klang zwar nicht besonders schön, aber okay. Immerhin konnte man den Krach hören, den das heiße Gas in dem 250 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxienhaufen erzeugt. Hey, willst du hören, wie Gase auf der Erde klingen? War nur so eine Idee. Die Schallwellen, die sich dort oben im Gascluster ausbreiten, wurden von Fachleuten auf den Bereich des menschlichen Gehörs skaliert. Sie haben also Daten vom Teleskop umgewandelt. Das Prinzip ist universell. In unserer Atmosphäre können wir Dinge hören, weil sich Druckwellen durch ein Medium wie Flüssigkeit oder Gas bewegen. Auch die Schallwellen in diesen Galaxien bewegen sich, weil sie ja von Gas umgeben sind. Du fragst dich, was das mit schwarzen Löchern zu tun hat. Naja, das, was diese Druckwellen in dem Cluster auslöst, ist ein riesiges schwarzes Loch. Genauer gesagt, es ist ein supermassives schwarzes Loch, das Millionenmal mehr wiegt als die Sonne. Wow. Fachleute verstehen die Verbindung zwischen supermassiven schwarzen Löchern und den Clustern, die sie umgeben, noch nicht ganz. Sie wissen nur, dass sich beide gemeinsam entwickeln und in einer Wechselbeziehung zueinander stehen. Das Cluster füttert das schwarze Loch mit Material und im Gegenzug heizt das schwarze Loch das Cluster auf. Mehr wissen wir bisher noch nicht. Ich habe mich ja gefragt, wie groß die größten schwarzen Löcher sind. Und herausgefunden habe ich, dass es vier Arten von schwarzen Löchern gibt. Stellare, mittelgroße, supermassive und kleine. Die größten fallen natürlich in die Kategorie der supermassiven Löcher. Und das größte, das wir bisher im Universum entdeckt haben, ist etwa 66 Milliarden Mal größer als die Sonne. Es ist auch eines der hellsten Objekte im Universum. In der Astronomie wird das Weltall abgescannt und man findet immer wieder neue schwarze Löcher. Weißt du eigentlich, wann das erste schwarze Loch entdeckt wurde? Das war 1971. Es wurde von verschiedenen Forschungseinrichtungen unabhängig voneinander entdeckt. Man konnte erstmals bestätigen, dass diese Objekte aus den Überresten massereicher Sterne entstehen und dass ein schwarzes Loch nach der Entstehung alles in der Nähe verschlingt. Ich erkläre dir kurz, wie diese Weltraumobjekte funktionieren. Also, ihre Gravitationskraft ist super stark. Nichts kann einem schwarzen Loch entkommen, nachdem es einmal den Ereignishorizont überschritten hat. Schwarze Löcher verschlingen wirklich alles. Sie fangen sogar Licht ein. Noch cooler, aber auch gruseliger ist, dass die Gesetze von Zeit und Raum dort verzehrt werden. Falls du in ein schwarzes Loch fällst, hättest du mehr Zeit zum Nachdenken, weil die Zeit dort langsamer abläuft. Einstein erklärte das in seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Einfach ausgedrückt geht es darum, dass die Zeit davon beeinflusst wird, wie schnell du dich bewegst. Übrigens hat die NASA ein schnell wachsendes schwarzes Loch entdeckt. Aber keine Panik, unsere Welt ist nicht in Gefahr. Dieses schwarze Loch behält man in der Astronomie schon länger im Auge. Es liegt in einer Region eines gut untersuchten Himmelsfeldes. Es heißt, dass sich dieses Loch 750 Millionen Jahre nach dem Urknall gebildet hat. Du weißt schon, das war die Geburt unseres Universums. Also, warum sind schwarze Löcher so hell? Das klingt ein bisschen ironisch. Immerhin sind schwarze Löcher so dicht, dass sogar Licht darin gefangen wird. Wie können sie also hell sein? Aber hör dich in der Astrophysik um. Man wird dir bestätigen, dass schwarze Löcher zu den hellsten Objekten im Weltraum gehören. Und das liegt daran, dass schwarze Löcher nicht alleine existieren. Sie befinden sich in den Zentren von Galaxien und sind von Wolken aus heißem Gas umgeben. Und diese Wolken bilden eine kosmische Aura um schwarze Löcher. Ich muss allerdings erwähnen, dass du ein schwarzes Loch nicht direkt sehen kannst. Was du siehst, sind seine Auswirkungen auf seine Umgebung. Du kannst zum Beispiel sehen, wie Weltraumobjekte von einem schwarzen Loch zerrissen werden. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an das Bild, das 2019 veröffentlicht wurde und die Silhouette eines schwarzen Lochs zeigt. Das ist der Beweis. Wir würden das schwarze Loch nicht sehen, wenn es nicht diesen orangefarbenen Ring hätte. Aber warum ist er orange und nicht grün oder lila? Der dunkle Kreis im Inneren ist der Schatten des schwarzen Lochs. Das leuchtende Orange des Rings auf dem Bild ist aber nicht der echte Farbton des Gases. Das ist nur eine Darstellung, die man gewählt hatte, um die Helligkeit der Emissionen zu zeigen. Es heißt nämlich, Gelb hat die stärkste Emission, Rot ist weniger intensiv und Schwarz hat wenig oder gar keine Emission. Im optischen Bereich würde dieser Ring wahrscheinlich weiß erscheinen, vielleicht mit einem Hauch von Blau oder Rot. Spaghettifizierung ist nicht nur ein Wort, sondern auch ein Fachbegriff und damit wird eine interessante Fähigkeit von schwarzen Löchern beschrieben. Wenn eine Giraffe in ein schwarzes Loch fallen würde, würde sie sich zu einer langen Spaghetti ausdehnen. Auf der Erde sind die Beine der Giraffe näher am Erdmittelpunkt, das heißt, sie werden stärker angezogen als ihr Kopf. Was ziemlich gut für die Giraffe ist. Bei einem schwarzen Loch sieht das aber anders aus. Dort herrscht eine extreme Gravitation. Je näher die Beine der Giraffe an das Zentrum des schwarzen Lochs kommen, desto stärker werden sie durch die Gravitation gestreckt und sie bewegen sich auch schneller. Aber der Oberkörper der Giraffe wäre weiter entfernt und würde sich nicht so schnell Richtung Zentrum bewegen wie ihre Beine. Das ist mit Spaghettifizierung gemeint. Gibt's vegane Fleischbällchen dazu? Nein? Okay. Das schwarze Loch unterscheidet sich von unserer Sonne nur dadurch, dass das Zentrum des Lochs aus superdichtem Material besteht. Es verleiht ihm ein so starkes Gravitationsfeld, dass alles einfängt, wie schon gesagt, auch Licht. Und deswegen können wir schwarze Löcher nicht direkt sehen. Wusstest du eigentlich, dass man theoretisch alles in ein schwarzes Loch verwandeln kann? Wenn du zum Beispiel unsere Sonne auf einen Durchmesser von etwa 6 Kilometern schrumpfen würdest, würdest du ihre Materie im Inneren auf eine extrem kleine Größe komprimieren, wodurch aus unserem Stern ein schwarzes Loch werden würde. Das Gleiche könntest du mit einem Planeten und sogar mit deinem Körper machen. Gibt es eigentlich auch weiße Löcher oder sind sie nur ein Mythos? Weiße Löcher existieren in der Theorie. Hypothetisch gesehen funktionieren sie genau umgekehrt wie schwarze Löcher. Das heißt, nichts kann in sie eindringen. In der Physik betrachtet man schwarze und weiße Löcher als Yin und Yang oder als zwei Seiten einer Medaille. Und es heißt, dass ein weißes Loch genauso aussieht wie ein schwarzes Loch, wobei aus dem ersten Dinge austreten. Die Existenz von weißen Löchern ist aber noch nicht bewiesen. Und was ist mit Wurmlöchern? Es gibt so viele Filme über schwarze Löcher und Wurmlöcher. Wie viele basieren auf der Realität und wie viele sind reine Fiktion? Manche Leute glauben ja, dass schwarze Löcher wie Wurmlöcher funktionieren. Du gehst rein und kommst in einem anderen Teil des Universums wieder raus. Aber da wir noch nicht genug über diese Physik wissen, kann niemand beweisen, dass diese Theorie falsch oder richtig ist. In der Astrophysik heißt es, dass wir eine solide Theorie brauchen, die die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantenmechanik vereint. Also, schwarze Löcher gehören zu den größten Strukturen im Universum, aber gibt es auch winzige Exemplare. Die Masse des kleinsten schwarzen Lochs, das wir kennen, ist nur dreimal so groß wie die unserer Sonne. Anscheinend können schwarze Löcher auch verschwinden. Stephen Hawking entwickelte die Hawking-Strahlung-Theorie. Sie besagt, dass die Strahlung die Masse und Rotationsenergie von schwarzen Löchern verringert, bis sie schließlich verdampfen. Dieser Prozess läuft allerdings sehr langsam ab, wenn es nicht gerade ein kleines schwarzes Loch ist. Man hat ein schwer fassbares schwarzes Loch in unserer Nachbargalaxie entdeckt. Das Besondere an diesem Loch ist, dass es das erste ruhende stellare schwarze Loch außerhalb unserer Galaxie ist. Diese Art ist extrem schwer zu beobachten, weil sie kaum mit ihrer Umgebung interagiert. Diese Löcher geben nicht so viel Strahlung ab wie andere. Aber zurück zur Erde. Wie sieht es mit Senklöchern aus? Okay, das ist eine andere Physik, aber wenn du den Ereignishorizont überschreitest, ist auch dein Auto weg. Ups! Untertitelung des ZDF für funk, 2017